Also nein, das kann man auch positiver ausdrücken, die EU ist ja auch Friedensnobelpreisträger und so. Fuck the EU. Bitte? Fuck the EU. Herr von Wagner, was soll denn das? Jetzt reiß ich mal zusammen. Was haben Sie denn da? Das Assoziierungsabkommen. EU und Ukraine. Haben Sie es gelesen? Überflogen. Und? Naja, war schwer zu lesen. Aus 10.000 Meter Höhe. Sie sind wie unsere Journalisten. Ja, glauben Sie, was wird da schon drinstehen? Mehr Handel, mehr Demokratie? Ja, darüber haben die Medien ja auch berichtet, aber nicht über den militärischen Teil dieses Abkommens. Gucken Sie mal hier. Paragraf 3. Mehr Zusammenarbeit bei Kriegseinsätzen, gemeinsame Rüstungsprojekte und, und, und. Aber das hätte ja auch vielleicht erklären können, warum Russland so aggressiv reagiert. Ach, jetzt hören Sie doch mal auf jetzt. Ist doch lang. Wenn Sie es noch von mir nicht glauben wollen, dann nehmen Sie eben die ehemalige Moskau-Korrespondentin der ARD, Gabriele Krone-Schmalz. Also, wir, die Medien, hätten zu einem frühen Zeitpunkt wissen müssen und es auch verkünden müssen, dass dieses Assoziierungsabkommen die Ukraine zerreißt. Verkünden müssen. Verstehen Sie? Verkünden müssen. Haben Sie aber nicht gemacht, weil das nicht ins Bild passt von der Friedensmacht EU, die vom bösen Ivan bedroht wird. Na ja, jetzt behaupten Sie gleich noch, die deutsche Presse sei beim Thema Russland einseitig, oder? Da bin ich nicht der Einzige. Hier, die Redaktionen werden von Leserbrief-Protesten geradezu überschwemmt. Na ja, das sind ja auch alles völlig unabhängige Journalisten. Die lassen Sie Ihre Meinung nicht von den Lesern vorschreiben. Von den Lesern nicht. Bitte? Kennen Sie folgende Organisationen? Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel oder Trilaterale Kommission, The German Marshall Fund of the United States, Atlantische Initiative, Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Atlantikbrücke oder das ESPEN-Institut. Das kenne ich. Was? Da kann man sich Skier leihen. Oh Gott, jetzt. Wir haben jetzt nicht Zeit, alle einzeln zu erklären. Ich würde das zusammenfassen. Darf ich zuspitzen? Ja, da warte ich schon lange drauf. Okay, also, wir sagen mal so, all diese Organisationen haben auf sicherheitspolitische Fragen immer dieselben Antworten. Nicht? Mehr Rüstung. Das sind sozusagen NATO-Versteher. Hier, in diesen Vereinigungen, da treffen sich Militärs und Wirtschaftsbosse und Politiker in diskreter Atmosphäre. Ah, transatlantische Swinger-Clumps. Toll! Kann ich da mitmachen? Nein, die nehmen nur einflussreiche Eliten. Ich habe eine Fernsehsendung, reicht das nicht? Nur wenn Sie das heute-Journal moderieren würden. Moment halt. Der Cornelius, Auslandschef der süddeutschen Joffe, Herausgeber der Zeit und der Nonnenmacher von der FAZ. Der Auslandschef der FAZ der Frankenberger. Das sind alles völlig unabhängige Geister. Ich sehe da überhaupt keine Verbindungen. Ich habe da mal was für Sie vorbereitet. Das ist aber ein ganz schön dichtes Netzwerk, sagen Sie mal. Und jede dieser Linien steht also für die Verbindung eines Journalisten zu einem dieser Lobbyorganisationen? Jede Linie, ja. Naja gut, die sind dann nur da, um zu recherchieren. Nein, die recherchieren da nicht. Die sind ja Mitglieder, Beiräte, Vorstände. Mein Gott, der Joffe ist aber viel unterwegs, was? Hat der überhaupt noch Zeit zum Schreiben? Was glauben Sie, warum die Zeit nur einmal wöchentlich erscheint? Der Herausgeber der Zeit ist also bei mehreren Lobbyorganisationen, aber das ist doch ein unabhängiger Journalist. Er führt das nicht zu Interessenkonflikten. Nein, Interessenkonflikte gibt es nur da, wo es verschiedene Interessen gibt. Ah, was ist das da eigentlich? Bundesakademie für Sicherheitspolitik? Klingt ein bisschen wie ein literarischer Salon mit Handfeuerwaffen. Ja, ungefähr. Also es gehört dem Bund, ja, und soll ein umfassendes Verständnis schaffen für die sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Ah, und der Cornelius und der Frankenberger, die sind voller Verständnis? Die sind voller Verständnis, die sitzen ja auch im Beirat von der Bundesakademie und müssen laut Satzung dann auch die Bundesregierung beraten. Moment mal, dieselbe Bundesregierung, die Sie als Journalisten kritisieren müssen? Ja, es gibt nur die eine. Gut, dass die Bild da nicht mitmacht, was? Ja, so, hier, Kai Dickmann von der Bild-Zeitung ist natürlich... Ach, was ist das, Taliban oder Vielmann? Nein, der sitzt natürlich hier im Vorstand von der Atlantikbrücke, nicht? Und die Bild-Zeitung selber, das ist sehr interessant, in den Unternehmensgrundsätzen steht drin, dass Sie als Journalist das transatlantische Bündnis unterstützen müssen. Das transatlantische Bündnis, das Sie als Journalisten auch kritisieren sollen? Es gibt nur das eine. Sonst, wer ist das denn da? Oh, das ist Jochen Bittner von der ZEIT. Kenn ich nicht, mag ich nicht. Oh, komm, jetzt, hier. Sie wissen noch die Rede vom Gauck bei der Hülschener Sicherheitskonferenz? Ja, ja, oh Gott, mehr Bundeswehreinsätze im Ausland. Ja, die ist vorbereitet worden von einem transatlantischen Think Tank, German Marshall Fund of the United States. Und da war zufällig jemand dabei, Jochen Bittner von der ZEIT. Ja, Moment, aber er wird doch genügend Anstand besessen haben, sein Schreiben für Gauck zu trennen von seinem Schreiben für die ZEIT. Oh, das wäre schön. Ne, er hat, nachdem Gauck seine Rede gehalten hat, naja, positiv über Gaucks Rede berichtet in der ZEIT. Moment mal, ein Journalist der ZEIT arbeitet an einem Strategiepapier mit, das die Außenpolitik Deutschlands neu ausrichtet und schreibt dann hinterher wohlwollend über diese Strategie. Ja, vergiss dabei leider nur zu erwähnen, dass er an der Strategie selber mitgebastelt hat. Sagen Sie mal, ist das denn nicht verboten? Ja. Ach, sehr schön. Aber nicht bei uns. In der New York Times zum Beispiel, da dürften Sie als Journalist sowas gar nicht. Ja, und bei uns? Da heißt das Qualitätsjournalismus. Aber dann sind ja alle diese Zeitungen nur sowas wie die Lokalausgaben der NATO-Pressestelle. Oh, das haben jetzt Sie gesagt. Aber Sie haben es schön gesagt. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr auf diese Eliten, die sich immer in Eskalation aufgeilen. Soll ich Ihnen mal was sagen? Ich habe eine schöne Geschichte gehört von einem britischen Weltkriegsveteranen, der Erste Weltkrieg. Da hat man ihn gefragt, oh, was fanden Sie denn am schlimmsten am Ersten Weltkrieg? Da hat er gesagt, na ja, das war so, nach den Jahren des Krieges haben die sich einfach an den runden Tisch gesetzt und Frieden gemacht. Hätten Sie das ein paar Jahre vorher gemacht, hätten wir uns eine Menge Leid erspart. Danke. Danke. Danke.